Aha, du mach fertig jede Ding. Wolltest du noch ein Kaninchen essen von denen? Ne, ne. Ich weiß, ob die das nicht vergofften haben. Ah, egal. Hast du mal Molly? Hallo und willkommen zurück bei Subsistence. Du leuchtest mich an. Das brauchen wir hoffentlich nicht, die Taschenlampe, denn wir gehen heute los zu unserer Banditenrunde. Also wir gehen die ganzen Jägerbesen abgrasen. Mal gucken, wie schnell wir vorankommen. Je nachdem machen wir das in einer Folge, aber ich nehme fast an, wenn wir ein Zwei machen. Oder? Oder? Weiß nicht. Guten Tag. Mal sehen. Eins. Wir brauchen jetzt noch, wir machen noch eine Sprengladung. Oder zwei? Drei. Oder drei. Drei. Hier haben wir noch einen Molotow-Cocktail. Dann haben wir... Wir haben dann vier Sprengladungen. Wir haben drei Molotows. Wir haben drei Granaten. Sieht ja ins Südhaus eigentlich, würde ich sagen. So viel. Also eigentlich haben wir... Die vier Sprengladungen würde ich mir aufheben für die große Base. Na klar. Dass wir da keinen Stress haben. Und da rin kommen. Und so Molotow und die ganze Spielerei, so das nehmen wir für vorne mit. Also für die kleinen Base. Wir haben uns auch jeder... Also wir haben jeder so und so eine Axt bei. Aber haben uns zusätzlich gebaut. Weil zwar dort auch ein bisschen hacken müssen. Zwei, drei, vier. Binden halt genug bei. Da habe ich auch viele gefunden. So, ich habe jetzt vier Sprengladungen. Drei Sonneteile hier. Granaten und drei Molotows in der Tasche. Ich muss noch ein bisschen was ausprobieren. Muni? Da hast du noch so viel Muni drin. Muni, halt genug. Ist noch sechsmal böse Muni drin. Ja, dann will ich ja auch noch aufheben. Ah, nee, so viel. Na, das bringt mal lieber mit. Nägel, dann bräuchte ich eigentlich auch, falls ich... Ich habe 50 bei. Dann packe ich Nägel aus, weil die scheiß Türöffner nehmen so viel Platz weg, weil die alle einzeln verstaut sind. Okay, dann komm, lass uns rüber botten. Scheiß auf die Öfen, scheiß auf die Hühner. Ja, lass mir erstmal mein Inventar kurz sortieren. Ganz kurz. Meins ist leer. Meins nicht, meins ist voll. Also, ich brauche das ja alles. Ich brauche meine Äxte, ich brauche meine Muni. Ich habe vier Plätze für die Türöffner, drei Handgranaten, drei Molotow-Cocktail und Essen und Trinken. Ich gehe doch schnell essen und trinken. Dann können wir los. Na, 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 na. Jetzt bist du zu nackt. Und wo? Ich tue das egal. So. Ja, wo fangen wir an? Ja, ich folge dir heute einfach. Mir ist egal. Wo bist du denn? Raus Richtung Dietrich. Richtung Dietrich? Ich seh dich nicht. Ich bin auch richtig. Ah, da. Okay. Dann können wir den Turm mit den Lautern machen. Draußen ist ja schön Wind. Ich weiß nicht, ob das hier Witter noch nochmal wiederkommt. Dann mach ich wieder leiser. So, haben wir uns die Hühner angeguckt? Ist egal. Brauchen wir nicht. Die werden den Tag ja wohl noch überstehen. Ja. Weiß nicht. Tja. Erst die hinten, dann die hier vorne. Jetzt sind wir ja an der. Warum sollten wir die hinten zuerst machen? Naja, weil wo soll man denn wieder zurückgehen? Wir gehen jetzt nicht zurück. Wir schwimmen dann einfach wieder zurück. Die machen wir jetzt hier tot. Ich rufe da jetzt nicht noch eine Runde. Komm. Außer der Fieder, den müssen wir töten. Der stresst ja ein bisschen immer. Geh mal drum rum. Nee, wir töten den. Der kommt uns sonst nur ins Gehege, oder? Ah. Fehler. Oh. So ruhig. Müssten auch hier irgendwo sein, oder? Ja, hier sind sie doch. Ja, da, da. Ich hoffe, du hast Binden und alle dabei. Wo bist denn du? Oh, ein bisschen. Am Wasser. Ich bin hier oben. Mit den Banditen. Kann ich immer noch schliehen? Nein, ich hab sie mal getötet. Was sagst du, du sagst, du folgst mir. Nee, du hast dir gesagt, wir gehen da rum. Versuch doch, versuch doch. Na, fällt ja nicht um, ey. Furchtbar. Furchtbar. Jetzt. So, dann haben wir die. Zack. Maden. Warum haben die Eier? Wir haben vielleicht schon unseren Hühnchen geklaut. Hast du alle vier? Drei hab ich bis jetzt. Waren aber vier, oder? Ja. Oder fünf sind ja nur weg. Irgendjener fehlt. Der hier vielleicht? Wo liegt denn den? Den, den du zuerst umgenietet hast, vielleicht? Ah, hier ist er noch. Okay, den. Ich hab doch ihn hier vorne umgenietet irgendwo. Hm. Ich bin schon wieder voll, mein Inventar. Durch die scheiß Sprengladung. Scheiß Eier schmeiß ich raus. Braucht kein Mensch. Hier, willst du was haben? Das ist hier. Die Wummer schmeiß ich auch weg. Achso, hier, deine Muni nimm mal. Die kann ich dir gleich rauswerfen. Die nimmt nur Platz weg. Du kannst nicht hier Claymore. Achso. Wo war die bei denen hier? Du hast sie beim letzten Mal schon weggeschossen. Ich kann mich erinnern. Traum mir ja nicht zu laufen. Ja, komm hier. Feuerwerk ran, zweimal unten an der Tür und dann. Verzeugen ran dann. Geht die nutzt nicht. Na hier, die Brenndinger. Molotov? Der müssen wir mal picken. Na, Böööö. Na, hört sich nicht so an, dass wir da noch in Eis waren. Nee. Der würde sonst schön klicken. Ich bin der Meinung, es waren fünf, die da kamen. Jetzt, wie viel haben wir? Das ist, wie hier drin ist. Ja, und? Ziehen wir doch nicht mehr. Oh, die Sau. Da steht sie wirklich noch. Weg, loote. Oder lootest du? Ne, gloote. Ne, gloot den Typen, aber du wirst doch wahrscheinlich wieder nicht mitnehmen können, mal. So, hier. Geh mal nach oben. Muni. Asche. Nix drin? Ne. Oh, Kalium, Kalium, Kupfer. Hier, nimm mal. Kommt schon wieder. Viel Muni für dich. Schön. Die will ich mir nicht hier. Ich hab keinen Platz für so'n Kram. Ich hab ja genug Platz. Ja? Dann hier hinnen. Hast du angehoben? Mhm. Ich hab Bescheid gesagt, das war gleich da. Die sollen schon mal... Kochen? ...Pizza warm machen. Also reicht jetzt ja. Okay. Ich will nicht so voll rumrennen hier. Musst du aber weg. Warte kurz. Ich muss denen noch ein Lichter machen, dass sie zurückführen. Nein! Sei nicht so freundlich zu denen. Immer, immer. Wo ist die andere? Da. Da. Komm, der hüpft mal hier rüber. Alihopp! Schamstein. Dahinter ist auch noch ein Lagerfell, so wie es aussieht. Oh, da vorne ist eine Muschel! Na denn? Sammeln Muscheln ein. Ist eh so ein bisschen rechts dran vorbei. Wo so diagonal tauchen, ist das so cool, ne? Der dauert lange. Nur schnell mal hoch. Hat unser Kumpel schon aufgeregt? Nee. Die haben uns doch nicht entdeckt. Schön. So, so erste haben wir schon mal. Sprengen geht momentan noch nicht. Wir haben keine Zahnräder. Wir haben alle verbraucht jetzt. Alle für die Türöffner verbraucht. Vier Türöffner. Oh, je. Na und, wir haben ja noch drei Granaten. Ja, stimmt. Falsche Pumpung. Leider noch nicht aufgewertet, meine Penkel. Ich nehme jetzt auch die Billi. Oh, die haben alle Helme. Oh, dann nehme ich doch nicht die Billi. Mal gucken, irgendwo muss auch einer ohne Helm sein. Meinst du? Da hinten. Da ganz hinten. Mal den Krieg... Krieg von hier nicht. Da hinten kommt auch nein. Jetzt werden sie hektisch. Aber das war auch wieder. Die wissen nicht, woher es kam. Kann sein. Wo verstecken wir uns denn? Ja, nicht weh in der Hof. Die spielen immer noch verstecken. Nicht hier drüber. Wir mussten treffen. Der knarre Treffik nischt, ey. Nimm die andere. Nichts. Ja, aber der Schrottfinder bräuchte ich nicht anfangen zu schießen. Bist du ein bisschen dichter kommende Treffik? Gehen, habe ich. Ist es weh in der Weg? Oh, jetzt rennen sie alle wie die Wilde. Okay. Ist es noch einer? Ja. Auf dem Balkon und hier vorne. Geht er ist weg? Ja, den haben wir so. Bis auf den oben. Ein Rucksack. Ui, noch ein Rucksack. Gab auch einen. Nur einen? Mhm, gab einen. In der Filme. Ja, hier muss noch ein Rucksack. Warum guck ich hier hinten? Ah, ich hab hier noch einen. Vorne. Okay. Da ist noch eine Kiste vor dir. Mhm. Okay, dann guck ich mal, ob ich den noch im Balkon... Ja. ...ich mach. Oh, jetzt war noch eine Kiste. Aber der wird schon Kerzen... ...angezündet haben. Mhm. Oh, hier sitzt einer ja am Feuer. Ach so? Er hat wahrscheinlich schon Kreuze gebastelt. Oh, Claymore. Ja, die sehe ich auch diesmal. Das muss nicht, wo sie hin... Da ist sie ja doof hingestellt. Da sieht sie ja jeder. Und wackelt alles. Schön. Oh, der hat sich gerade Kaninchen draufgepackt. Mhm. Oh, das ist halt gut. Siehst du, ein Glück hab ich angerufen vorher. Aber ich hab leider mit anderen Telefon. So, jetzt noch einen Molly, war... ...und dann... ...in eine Granate, oder? Ja. Aha. Und mach fertig, hier das Ding. Willst du noch ein Kaninchen essen von denen? Nee, nee. Ich weiß, ob die nicht verkofften haben. Ah, egal. Ach so, Molly. Und dann die Granaten. Du machst mit Granate? Mhm. Okay, musst richtig schön nach unten gucken, an der Schwelle. An der Schwelle? Ja, wenn du an der Schwelle stehst, musst du denen auch so nach unten gucken. Und die da hinwerfen. Nee, er geht zu dir. Ich mach' die Treppe nicht kaputt. Nein. Nicht schön. Ist nur einer drinnen, ne? Bestimmt. Ja, der Schnuffel liegt. Oh, der ist ja nicht mehr. 50. Nee. Bisschen aufgeregt, also ein bisschen angespannt ist man trotzdem. Echt? Nö. Nicht für meinen Teil, aber ich möchte nicht, dass die Weppen im Hintergrund... Wo ist er? Wo ist er? Da ist keiner hierin. Er hat doch gerade einer eine Knalle gezickelt. Du wieder, wa? Nee. Mach den schon mal mit Licht an. Leck den da hin. Lass mir doch die Kiste nehmen. Das ist vielleicht einfacher. Nee, ich brauch nur deine Muni, will ich nicht. Und das verlegt die eh schon nie je mehr. Ach so. So, so, so. Kiste ist leer, oben ist nix mehr, wa? Guck, die haben nämlich keine Werkbank, oder? Stimmt, das ist ne kleine. Die andere ist ne mittlere. Ja, ja. Die mit der Werkbank ist ne mittlere und dann gibt es die große, die... ...allet hat. Okay, dann schwimmen wir rüber, nach Hause ausladen und dann übern, äh... Baumwipfelpfad, wa? Mhm. Ja. Freut mich schon ein bisschen. Auf die große freut mich, auf alle andere. Du bist ja nicht so außergewöhnlich, aber in der großen gibt es immer so viele schöne Sachen. Die Kumpels da drüben sind bestimmt schon wieder da, wa? Nee. Die waren letztes Mal auch schnell. Ist ja da immer nicht mehr hin. Keine Ahnung, ich schwimme nach Hause. So, da sind wir wieder. Wir haben euch wieder abgeholt. Ähm, haben doch die Nacht abgewartet. Nur um sicher zu gehen, dass wir nicht wirklich irgendwie doch die letzte Base, die große Base noch in der Nacht machen müssen. So, jetzt sind wir bereit, wa? Ja, wir sind bereit. Oh, der lange Weg. Ja. Wie du schön rennst. Ja, ja. Ist gestern auch schon so ein bisschen über dem See neblig gewesen. Hoppala, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Wir wollten eigentlich auch mal in den Ländler bauen. Ist schon November. Mhm. Wird wahrscheinlich bald der erste Schnee kommen. Eieiei. Aber dann können wir wieder Wasser im Vorgarten holen. Jetzt stimmt, da muss man nicht mehr so weit reiben. Das ist ganz annehmen. Aber wir können doch nicht mehr tauchen. Wir müssten vielleicht vorher nochmal nach Perlen ein bisschen tauchen gehen. Mhm. Äh, hier fehlt ein Stück. Hier fehlt ein Stück, hier fehlt ein Stück. Doch, hier fehlt ein Stück. Wir haben doch von hier oben runtergeschossen. Echt? Mit so, mit so einer halben... Die Schweine. Ich lege schon wieder ja nicht mehr. Ich hatte doch so eine halbe Wand hier in die Macht, wo man sich hinter... Oh. Jetzt hätte ich mich erschrocken, ey. Scheiße. Das ist doof. Komm runter, dann bin ich noch tot. Komm. Ich hab ihn. Ich blute. So, jetzt nicht mehr. Was war denn das? Haben die eine Bombe auf dich geworfen? Nee. Nee, sah so aus. Bin mir erschrocken. Richtig, ich schäppert bei dir da oben eben. Wo ist denn der letzte? Ja. Der steht dahinter. Der ist tot? Der ist tot. Der hinten links ist tot, ja. Unter uns muss er ein Gründer sehen. Den hab ich gerade tot geschossen. Den anderen hinten am Arme-Gebäude hab ich gerade tot geschossen. Dann sollten wir durchsehen. Oh, hier Treppe fährt. Stimmt. Können wir da hüpfen, ne, ne? Klar. Na toll. Ich bin nicht gesprungen. Du bist gesprungen. Ich hab mich nur fallen lassen. Nee, ich hab gesehen, wie du gesprungen bist. Hab Puffen. Nee, hast du ja auch nicht. Doch, hab ich. Wirklich. Bin da nicht gesprungen. Doch, bist du. Nein. Lüger. Nein, nicht Lüger. Die Rucksäcke finden wir nicht. Ich hab einen. Geht das mal, wenn ich einen Bär sehe, muss ich jetzt ins Heim lachen. Warum? Weil Sobo mir heute beim Mittag erklärt hat, er wäre ein richtig gut. Und der Bär mit Winterschlaf und so. Stimmt. Muss ich ein bisschen lachen. Wo sind denn jetzt die Rucksäcke eigentlich? Das war nicht. Also ich weiß, wo noch Ena liegt. Eben habe ich gelootet und ich weiß, wo noch Ena liegt. Okay, ich hab auch Ena gelootet. Ich sehe auch die Leichen nicht mehr so wirklich. Ich hab zwei gelootet. Wie viele haben wir da unten weggeschossen? Vier, würde ich sagen. Aber ich hab auch nur Ena gefunden. Also zwei sind gleich noch drin. Das hört sich nach zwei an. Hä? Okay, so ich hab da Ena abgeschossen und hier irgendwo. Aber hier an der Seite lag da noch Ena. Ich hab hier hinten noch Ena irgendwo geschossen. So aus der Fertwissik. Dann ist es eben so. Jetzt nehme ich mal die Olle Waffe. Okay, dann nehme ich mal ne Granate. Und öffne das mal. Knistert noch hier. Oben ist er, der Horst. Brauchen wir es weh? Mach doch nicht Bäder. Komm mal in. Ach Gott. Na, du geht ja schon. Soll ich da Schrott zu machen? Ich stelle dir lieber ein bisschen schütteln. Ich hab nicht so ne Angst. Ja, du schießt. Achso, du hast die Schüssel. Oben ist einer. Ich hab auch noch ne Granate. Jetzt. Oh! Okay, Oben ist weg. Oh, die haben ein bisschen Schießpulver und so gehabt. Jut. Schießpulver nehmen wir. Also, den haben wir auch. Hier gibt dir mal noch deine Nähe raus. Bisschen fett ist nur drin. Zack. Das tun wir hier nicht. Du brauchst ja nicht einsam, weil das ist nur ein scheiß Funkgerät. Ja, nehmen wir. Nehmen wir? Ja, wir sagen schon mal in der anderen Base. In der anderen Base Bescheid, dass wir kommen. Okay, sag Bescheid. Hallo? Du, immer mit deinem Licht. Der erinnert mich an Kevin allein zu Haus. Da geht immer einer. Der einer von den Banditen macht immer Wasserhähne an. Echt? Ja, in den Häusern, in diese einbrechen, lassen sie immer so als Markenzeichen Wasserhähne an. Und du machst überall immer Licht an in den Häusern, in denen wir eingebrochen sind. Aber nur im Spiel. Ja. Passiert selten, dass wir einbrechen irgendwo. Oh, da sind sie schon. Jetzt habe ich noch eine Granate. Ich habe auch noch eine. Willst du hier kommen, ich gebe sie dir. Ja, ja, ja. Und ich habe ja noch vier Türöffner. Kann ja jetzt erstmal wie wild öffnen. Aber die nehmen wir für innen. Das ist so eine blöde Stelle hier. Jetzt habe ich ja vor der halt ein bisschen Respekt. Also gerade, weil jetzt außen so blöd ist, zu kämpfen hier. Wieso? Geh doch hier rechts unter die Bäume. Na, reicht doch. Achso. Naja, weil du glotzt und dir immer so viel Zeit lässt. Zack. Oh, die sieht aber judo aus, ey. Das Ding. Stimmt. Ich darf doch mal einen Screenshot machen. Mhm. Haben wir schon ein paar Mal von hier. Echt, ja? Okay. Da läuft einer. Sehen. Oh, ich habe mal aus Versehen tot gemacht. Das ist doch perfekt. Aus der Entfernung, mit dem Ding. Das ist schon gut. Wie auch immer, wie auch immer die Kugel sich da verirrt hat. Nena ist hinterm Busch. Ah, nicht schossen. Tot. Okay. So. Jetzt schon wieder ein Ei mit dabei. Wo sind die anderen Kumpels? Grüß nicht. Innen? Ja. Kann sein. Oder die sind ein bisschen jagen. Oh, scheiße. Ich höre ein Schwein grunzen. Naja, das taucht ja ab. Ich wurde schon angegriffen von einem Schwein. Ah, steht da und angelt. Oh, Helmchen getroffen. Ich gehöre. Oh, Helmchen. Kaputt. Kein Blut. Ich mache mal gleich so ein Medi. Halt noch. Kann ich mir ein Medi herstellen? Ne. Okay. Da müssen Spheroxäcke liegen. Ich habe einen. Ich muss mal eins kurz leiser machen. Wasser ist hier. Soll ich nicht nach vorne gehen? Nein, nein, nein. Aber die haben bestimmt mehr als eine, oder? Kann sein. Ja. Lustig, doch. Miesen. Okay, wo liegt der andere Kumpel hier, den ich getötet habe? Hier. Okay, jetzt haben wir drei, wa? Außen. Vier. Vier? Vier. Mhm. Okay. Glaub ich. Puh, das wird ein Spaß, ey. Mhm. Und next. Mal gucken, ob wir da noch pickern müssen, wa? Na, komm her. Ach du Scheiße. Uh, dies. Soll ich doch einen Türöffner reinmachen? Ne. Obwohl, drin sind Holztüren, wa? Ja, komm, Scheißwarte, hau ran das Ding. Ja. Dritten, die Holztüren, die kriegen wir aufgepickert mit dem Zeitraffer, aber die hier, ey. Nochmal 600. Oh. Der hat das Schwein getroffen. Ich hab's nicht gehört. Ich dachte, nur du hast dich schrien. Tot? Ena ist tot. Da liegt sein Rucksack. Den nehm ich erstmal in Ruhe. Oh. Na, nimm mal ein Rad. Oh, geh aus dem Weg. Ja, lass mich das doch machen, du brauchst... Kann ich jetzt... Der muss hier irgendwo unten sein. Wo muss einer? Der ist keiner oben, ist der. Er sitzt hier oben drüber. Ja. Über Glas, da kann ich nie durchschießen, ne? Funk. Ne. Hey, die müssen wir rinchen. Oder die schießen ja dann auch nicht durch, oder? Hast du... Kannst du durch den Zaun schießen hier? Ne. Ne, den Habeck da oben, ne? Wo ist denn der Zweite? Da. Da hängen drei Stück oben auf dem Elender. Ja, wir müssen rinnen, das bringt so nischt. Ich habe nur noch eine Binde. Ich habe auch keiner mehr. Anstatt die mal runterkommen, ich sehe sie hier oben drüber laufen. Ganz nervös. Ich habe ihn. Aber ich muss kurz bluten. Das ist ja... Ein ekliger Kampf. Ein bisschen, weil... Ja, jetzt kommt er. Bleib doch mal stehen. So, ich habe zwei. Uh. Ja, ich kann nur noch eine Edepäx nehmen. Uh, da ist noch einer. Ohne. Ja, kommt da die Treppe runter. Jetzt steht er hier so. Hier oben drüber ist er. Ah, wenn wir hier hinlegen, kommt er. Dann kommen eben Zeit oder auch runterkommen. Kappen. Cool. So. So, hier haben wir eine schöne Kiste. Jetzt haben wir noch eine Granate zur Not. Oh, ich kann mir jetzt noch in so ein Ding bauen. In so ein Medipack. Ich werfe dir mal hier Pfeile und Muni hin. Ich habe keinen Platz sonst. Was ist denn? So. Ofen. Wir färten ja mal mit, was ist das hier? Brauchen wir eine Holzwand? Ich glaube nicht, wa? Ich küsse nicht. Na gut, dann fangen wir mal an hier unten, wa? Sind jetzt noch Viecher hier? Hast du noch eine Granate? Die habe ich dir gerade geworfen. In die eben. Ich habe aber noch drei Türöffner. Telefonierst du schon wieder ein bisschen? Mhm. Und dann markiere ich mal eine Granate an. Was hat die Tür jetzt noch? 270. Naja, egal, wa? Machen wir so. Ja, ja. Blablabla. Zeit, 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 Zeit. Wenn du das im Zeitreffer machst, dann kann ich ja ganz langsam Ja sagen Und dann kommt dann schnell das Ja Wieso? Ja Nein Ich hab zwei Rucksäcke noch gefunden Ich weiß nicht Karpot Sitzt hier jetzt auch noch einer hinter? Ich weiß nicht Oh, zu viel Muni Hier, wo bist du denn hin? Ich muss ein bisschen ausruhen Wie hässlich Schmeiß das nicht da in der Ecke Warum nicht? Ich hab keinen Platz mehr Ich will die Würmer nicht haben So, nun Schleichen wir hier rum und gehen da hoch Oh, warum wir liegen jetzt hier rum Was haben sie denn im Kühlschrank? Oh, Essen, die haben eh gekochte Eier Partykochte, die magst du eh nicht, wa? Was ist das hier lecker? Das wird ich essen Lachspastete Dafür bin ich nicht hungrig genug Kommt mal eben mal Schießpulver her, stellt Hier, Kürbissuppe Tomatensuppe Die Fresse, oh Hier, komm mal her, was essen Gleich, gleich, gleich Ich stell grad noch eben mal Nicht Schießpulver, sondern hier das andere zurück, ja? Patronenhüsen Da hin, nimm das mir schön Hier, iss mal Was gibst du denn? Ei, na toll Du kriegst die Eulensachen, ich nehm die schön Ne, ne, das verfällt sonst alles Brauchst du die Gemüse? Guck mal hier Guck mal hier Die macht viel die Gemüse Tomatensuppe Na ja, immer rin So Die ist hier so schön, wollen wir Können wir nicht hier einziehen? Und den alles wegnehmen? Na ja, schon Krauch rin da Mann Hier, Tür Achso, hier Tür Oh, schokolacke Oh Warum schießt er? Shit Jaja, muss mich treffen Ist da noch einer? Ne, die Bombe hat mich drauf Achso Meinst du? Geil Dann muss ich erstmal die Werte nachgucken Sechs Schutze Viel mehr Meinst du hat einen Schutz Die hat sechs Schutz Ist ja geil, was die mir schönes schenken Aber von der Wärme her Vielleicht nicht so Warte Wärme zwei Ich will das Ich will das alles Das will ich nicht Das will ich nicht Kann ich jetzt hier was essen? Ja Das kann wie ein Glas herstellen Bei unseren Kumpels Schön Hier, die haben Respawn Inner ist noch verfügbar Bei denen Die ist auch noch inner verfügbar Verfügbare So, wir gehen ein Gläschen Was wollen wir wieder damit machen? Du bist denn hochgelaufen schon? Ja, da unten ist er nicht mehr Oder? Haben wir was übersehen? Nein Hier, nimm mal noch deine Money wieder Zack Dann Hier, Türchen Wie viele Tür öffnen haben wir noch? Ähm, zwei Und hier ist noch eine Granate Guck Zwei haben wir noch Mhm So, oben noch Ja Na die so und so hier Aber ich muss runter hin Dann Ich hab ein bisschen Oh, schnell weg Oh, scheiße Ich glaube, ich bin zu dicht Oh, diesmal ist die Tür ganz auf Oh, was war das? Strom alle Man, ich hab mich erschrocken Ich dachte, es schießt inner Oh, scheiße Jetzt ist mal eine Flasche runter Jetzt fallen in echt Ich hab ja nicht so schnell geguckt, wo Tina ist Was hast du denn jetzt hier wieder genommen? Hier Licht Hier Deins Oh, muss nicht mehr Nee Oh Alter Siehst du? Noch mal in Schreck gekriegt, wa? Was waren das? Licht Strom alle Nein, das ist irgendwas Wie so ein Draht Schön Oh, wir haben viel Schießpulver Und andere Geschenke Man hört es oft damit Kann ich dafür Na, dann lass doch mal das Licht aus Nein Die Arme Bleibt schön an Ich hab neun Eisenbahnen Zack Gleich kommt's wieder Oh, die haben eine schöne Aussicht Die Gegner Ich sag ja, ich möchte die einziehen Und dann können sie hier schön so Mhm Mhm Dann sind sie schön den Bären zugucken Manchmal gibt's auch Licht Manchmal nicht So Das war schön Wir haben vielleicht ne Tür vergessen Wiss nicht Wie viel Sprenger hast du noch? Eins Hm Die ist weg Ich würde hier viel lieber drin wohnen Dann reißen wir unser Ding ab Und bauen neu Ja, aber wir können hier nicht einziehen Nö Das war Haben wir nicht noch mehr gehabt? Hier ist was Mann Hör jetzt auf mit deinem An- und Ausgeschaltet Hätten wir die Ofen angelassen Hätten wir noch viel Asche klauen können Nein, ich hab die gerade eben ausgemacht Ja, und die anderen hast du oben alle ausgemacht Biu Nein Kommt gleich wieder Ja, Massegenerator, können wir ohren machen Warte schneller, Biu Den Den können wir ohren machen hier Und übertakten Alles machen wir an Alles machen wir volle Pulle hier Und Da und hier Nochmal an Und So, jetzt läuft Alles Kann er schön Nochmal Bio machen Siehst du? Ich hab mir das beim Muni hergestellt Von den vielen Was ich geschenkt Die kriegt hab hier Ja, mal nach Hause, wa? Ja Schön Das war schön Können wir öfter machen Ja Ja Das war auch nicht so toll Ach, du hast noch genug Geht eigentlich Man kriegt ja auch noch ein bisschen Ja Also wir hätten ja nicht so viel gebraucht Und wir hätten ja nicht so viele Türöffner gebraucht Können wir uns sparen Granaten haben wir jetzt auch wieder Ich hab dir noch welche eben Hast du ja auch schon wieder welche Das geht Das können wir öfter machen Aber die sammeln ja nicht so schnell Die haben so schöne Geschenke für uns Ja, das wird ein bisschen Aber vor allem werden die erstmal zu uns kommen Alle Ja Eine waren ja schon Einmal Da muss ich mir schnell mal ein paar Planken nehmen Hier So ein paar Bretter Und mal runter rum mit einem Hämmerchen und ein paar Nägeln Mal gucken, ob die Kumpels da drüben sich um den Mund Oh Ach, voll Blöd Wolf, blöder Wollte in Ruhe gucken Kannst du nicht Die lassen dich nie gucken Oh, der frisst dich Der frisst dich Der Wolf läuft hinter dir Eckloch hinterm Wolf Und das ist doch ein schönes Bild Polonaise Der ist immer noch hinter dir, ja Wie er schnappt und atmet Ich sammle dabei Blaubeeren Mann Ey Du Stück Jetzt rennt er weg Weil du so schnell schnisterst beim Laufen Mit deinem Holzfällerhemd Zeig mal deine Kutti Passt ja auch nicht zu dir Wird's meins? Ne, ich find meins viel cooler Jetzt will ich deins nicht haben Wird's nicht meins und ich nehm deins? Nö, das ist meins Ich hab so schön Weil deins würde eher zu mir passen Nein Ich bin ja der Töter Ich kann nicht mehr schlachten Ich kann nicht mehr schlachten Ich schlachte nicht Oh Der Schwein Wolf Jetzt warum Warum bellt der? Nein, der bellt Ne, der macht Harrrr So Haps macht der Das hört sich nur so an Der macht nicht Haps Das hört sich nicht an wie Haps Doch Das ist Wolf Haps Wolf Haps Irgendwas ausgeladen Wolf Haps Warum ist denn hier die Tüte? Waren die hier drin? Ich bin nicht gestorben Ich kaufe, ich hab keine Wetten abgeschlossen Und wer? Nein Vielleicht bist du ja gestorben Und wir haben das nur günstig zusammengeschnitten Nein, man sieht es ja Guck, ich hab immer noch 100 Film zu glauben Ja, da hast du schnell irgendwann gefressen Guck, 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 guck Ne, du hast einfach nur gefressen Guck, 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 guck Ja, das sind schöne Sachen bei Sehr gut Sehr schöne Sachen Können wir ruhig öfter machen Ja, aber ich war sehr angespannt Muss ich trotzdem zugeben Warum denn nur? Mann So nischt Wenn du das für dich selber spielst Ist das ja scheißegal Ich spiel's ja für mich selber Wenn alle schon groß warten, dass ich sterbe, Mann Machst denn du dir Gedanken, was andere denken seit wann? Naja Oh, hier haben sie aber ein bisschen Hier haben sie ein bisschen, haben sie Ich bin vom Wolf gefressen worden neulich Das war mir auch nicht so peinlich eigentlich Oh, schon wieder Kalium viel Nicht so peinlich War mir nicht so peinlich Nur ein bisschen denn so Eigentlich Ne, das war mir schon peinlich Oder wo ich hier runtergefallen bin Vom Felsen Ja, das war krass Das muss ich nochmal suchen Wo immer Und dann ganz am Anfang In der ersten Folge Bin ich gleich hier von dem Felsen gefallen Mit dem Wolf Bin ich einfach rückwärts gelaufen Dann wollte ich ein Flutlicht anbringen hier vorne Und bin rückwärts runtergefallen Alles so ne komischen Ich sterb nicht an den Banditen So, wie Da werd ja männlich zu sterben Einfach mitten im Kampf Das ist ja Da werd männlich Können wir die Folge dann langsam beenden Bevor das hier Noch richtig hart wird, ey Aber ich sterb ja immer bei so nem doofen Sachen So, ich geh mal reparieren schnell Wenn die Kumpels hier jetzt noch kommen Dann Ja, ich packe immer noch ein bisschen aus Nägel So, dann müssen wir bald mal wieder mit Tonikum Unds Medi-Sachen herstellen, ne? Ja Das wär jetzt so das nächste Und dann machen wir uns irgendwann bereit In die Höhle da zu kraxeln Lava-Dingens da Das haben wir ja eigentlich auch noch in Vorbereitung Wir müssen nur nochmal ein paar Tiere schlachten Weil wir haben wenig Essen Ja, die müssten wir nochmal eine Tierfolge machen oder so Jetzt können wir das erstmal kurz wieder ein bisschen Ruhe angehen lassen Ja Aber monitechnisch geht's eigentlich Also haben wir noch genug Ich leg dir jetzt auch wieder hier ein bisschen was raus Warum schmeißen die nicht hier immer alle über den Zaun? Die Deppen Ist nicht Hier oben haben sie die Halbrunden beschädigt Und die Fenster Wie fies die sind, oder? Hast du das denn jetzt gemacht? Ich hab ins Fenster geklopft Da hat er nichts zum Reparieren bei Geil Klingt klar Ja, gut Dann machen wir jetzt Schluss für heute Schön, dass ihr dabei wart Schön, dass ihr euch das gewünscht habt Dass wir nochmal so eine Runde hier machen Hat Spaß gemacht Irgendwie Also die große Bäs macht immer am meisten Spaß Stimmt Und dann sehen wir uns frisch und fröhlich Wieder Zur nächsten Folge Bis dahin Haut darin Ciao